Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Ich bin hier unterwegs zum Casino und das ist das Casino, was wir nie bekommen haben. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Casino ein Thema für die zweite Erweiterung gewesen wäre, aber die gibt es ja nicht, weil man bei CD Projekt Red beschlossen hat, eben ein Sequel zu machen, statt hier weiter mit der Red Engine zu arbeiten und damit auch an Cyberpunk 2077. Nun war es aber trotzdem möglich hier hinzukommen, also das Gelände zu betreten, um sich das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen, aber ich meine es war Update 2.02, bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ein Update nach dem 2.0 Update war es dann, was es unmöglich gemacht hat hier reinzukommen, denn das ging mittels einer Fahrzeugtreppe, also man konnte die Fahrzeuge halt so in der Luft spawnen lassen und dann hat man sich so eine Art Treppe gebaut, um halt über die Mauer zu kommen. Das ist nicht mehr möglich und damit war der Einstieg ins Casino halt Geschichte. Doch nun gibt es einen neuen Weg und den möchte ich dir zeigen. Ich werde dir in diesem Video den kompletten Weg zeigen, also von Anfang bis Ende und es wird ein verdammt langes Video sein, weil der Weg auch verdammt lang ist. Also der Weg von dem Einstiegspunkt, wir müssen halt an einer bestimmten Stelle die Karte erstmal verlassen, ist dann auch ziemlich lang und ich kann dir nur empfehlen, schau dir das Video auf jeden Fall vorher an, bevor du dich auf den Weg machst, denn dir sollte klar sein, dass du eine sehr lange Fahrt vor dir hast. Okay, ich würde sagen, wir legen los und wechseln in die Badlands. Wir starten an dem Stellreiseterminal Grenzkontrollpunkt. Hier mal die Karte, damit du siehst, wo ich mich genau befinde. Von hier aus starten wir mit einer Karre und fahren einfach geradeaus auf die Grenzmauer zu. Hier haben wir eine einzelne Juckerpalme direkt an der Mauer und da müssen wir hoch und deshalb haben wir auch eine Karre dabei, denn so können wir einfach aufs Dach und von dort aus einfacher auf die Palme springen. Von hier aus springen wir jetzt rüber auf die Mauer bzw. auf dieses Metallteil hier. Nun geht es Richtung Posten. Hier haben wir eine unsichtbare Wand. Spring einmal hoch und nochmal hoch und du wirst merken, du wirst auf einem unsichtbaren Dach landen und dann kannst du hier einfach die Grenze passieren, ohne dass du abgeknallt wirst. Hier auf der anderen Seite spring dann wieder runter auf die Mauer, also auf dieses Metallteil. Lauf ein bisschen weiter, damit du ein bisschen Abstand gewinnst und dann springst du runter und schon bist du außerhalb der regulären Karte und weit weg von Night City. Du kannst hier natürlich auch ein Fahrzeug rufen. Ich empfehle dir für das Gelände, wo wir jetzt langfahren müssen, auf jeden Fall ein Motorrad. Damit kommt man am besten durch. Hier mal die Karte von unserer Startposition. Hier die Richtung, in die du fahren musst. Ich empfehle dir auf jeden Fall auf diesen Punkt drauf zu halten und von dort aus fährst du dann entsprechend des Files weiter. Warum? Weil wir dadurch eine größere Distanz zur Mauer haben, denn dort gibt es den einen oder anderen Punkt, wo du in die reguläre Karte zurückgeworbt werden kannst und das wollen wir ja vermeiden. Wenn du dann Wasser siehst und es plötzlich ganz hell wird, dann wechsle in die Nacht, damit du wieder was sehen kannst. Wir sind nun an dieser Position und das Ganze sieht von oben so aus. Wir sind hier am Grenzposten gestartet, sind dann zu diesem Teil hier gefahren und von hier aus zu dieser Felsgruppe. Hier mal das Ganze aus einer anderen Perspektive. Auf dieses Ding musst du zusteuern und dann musst du auf jeden Fall rechts dran vorbei. Hier mal die Sicht von oben. Wir befinden uns dort und jetzt müssen wir dahin. Und normalerweise würde man natürlich den geraden Weg wählen, aber der würde uns zum Teil durch die Stadt führen, was nicht geht. Dann sind wir nämlich wieder in der regulären Karte drin. Und zum anderen, wenn wir so einen Bogen machen, dann müssen wir voll durch das Gebirge und das ist super, super nervend und anstrengend, weil du hast im Boden super viele Wellen. Du kannst sogar Unfälle dort bauen. Also das macht alles keinen Sinn. Außerdem ist immer das Risiko, dass du vielleicht doch zu nah an der regulären Karte dran bist. Also ist dieser gesamte Bereich eigentlich völlig uninteressant. Deshalb nehmen wir einen längeren Weg in Kauf. Und zwar halten wir uns erstmal Richtung Osten. Und zwar wollen wir die östliche Kante der Karte erreichen. Zwar nicht ganz, aber so ziemlich. Warum machen wir das? Ganz einfach, weil du so die ganze Zeit auf relativ ebener Strecke fährst. Da kann im Grunde nichts passieren. Du bist so auf jeden Fall schneller mit dem Bike unterwegs, was am Ende von der Zeit her sogar kürzer sein sollte. Aber auf jeden Fall ist es weniger nervend. Das Grundprinzip ist also klar. Wir wollen auf jeden Fall die ganzen Berge und das Gebirge umfahren. Und dieses Gebirge sieht man auch sehr gut auf der Karte. Du musst im Grunde also nur darauf achten, dass du immer schön drum herum fährst. Ich lasse meine Wii jetzt mal in etwas schnellerer Geschwindigkeit den Weg fahren, damit du auch siehst, wie das da aussieht. Aber wenn dich das jetzt nicht interessiert, die Fahrt kannst du natürlich ins nächste Kapitel springen. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.